Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf SkyBounce. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier auf einer komischen anderen Insel, die nicht meine ist, zumindest augenscheinlich nicht, und ist auch nicht meine, steht hier oben. Es ist auch kein Brink wie das eine Mal, der kam übrigens irgendwie gar nicht so gut an, finde ich schade, denn da steckt richtig viel Mühe dahinter. Ich bin hier auf der Insel von Paikon, den kennt ihr ja inzwischen, mit dem nehme ich ja mal auf. Ihr seht hier eine riesige Chest, das wird eins von unseren Mega-Bauprojekten, was wir gerade haben. Hier drüben wird ein, wie ich da mal drin rum bagge, hier drüben wird gerade ein riesiger Birkenstamm gepixelt, der nach oben gezogen wird. Und hier ist ein schöner Clean Zone Generator, der wird da aber auch wegkommen und wir haben einen Plan für einen 5-stöckigen Clean Zone Generator. Und weil ich eh wieder gefragt werde, ob, lol, hier sind neue Items in der Dropzone. Okay, achso, ja, kommt von Paikon. Ähm, aber weil ich eh wieder gefragt werde nach dem Clean Zone Generator, ich verlinke ihn nochmal in der Videobeschreibung. Ja, nicht wer hat wirklich jede Folge gefragt. Okay, nun nach hier drüben. Hier seht ihr so eine coole Mitte mit Trichtern, der ist eine Safe-Chest darunter. In dieser Safe-Chest werden die Sachen für unser Opening gelagert. Und hier drüben ist ein nices kleines Gebilde. Und das hier ist einmal unsere Level-Farm und unsere Iron-Golem-Farm. Ähm, ich habe alle meine Eisen-Golem-Spawner, die ich habe hier auf diese Insel drüber gepackt. Denn auf meiner Insel habe ich ein kleines Problem, weil ständig irgendwelche Sachen verschwinden, beziehungsweise geklaut wird. Zum Beispiel ist neulich erst wieder ein, ähm, äh, ein, was war das alles? Ein Zombie-Spawner auf jeden Fall. Also ein Zombie-Spawner und ich glaube irgendwie 17-Pick-Spawner oder sowas verschwunden. Und das heißt, ich werde jetzt alle Leute von meiner Insel kicken und nur noch die drauf lassen, die ich wirklich persönlich kenne. Oder denen ich zu 100% vertraue. Wer da meckert, hat halt Pech gehabt. Dasselbe gilt übrigens für die Community-Insel. Denn von der Community-Insel wurden alle möglichen Leute gekickt. Beziehungsweise existiert die nicht mehr als diese. Weil da gegrieft wurde und dann ist es komplett verständlich, wenn man da nicht mehr drauf will. Genau wie hier. Ich meine, guck mal, hier alles wurde schön aufgebaut. Und dann gab es Leute, die denken, hm, komm, bauen wir hier mal das Quarz und alles ab und zergriefen hier unten alles. Auf dieser Insel gibt es auch nichts mehr, keine Trichte, alles komplett abgebaut. Aber weil der Leader-Account gebannt ist, kann man da halt leider nichts mehr dagegen machen. Darum ist die jetzt praktisch auch zerstört. Und damit können wir gleich überleiten zum nächsten Thema. Und zwar ist das die dritte Community-Insel. Die Auslosung, beziehungsweise die Auswertung der Bewerbungen habe ich leider noch nicht fertig gerückt. Ich weiß, das waren jetzt 5 Tage Zeit, die ich hatte. 5 Tage kam kein Video mehr. Aber ich habe mehr als 500. Ich habe über 500 Bewerbungen bekommen. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen. Über 500 Bewerbungen einfach. Und das ist so, what the fuck, wie soll ich das... Das ist viel zu viel. Es können 12 drauf, ja. Also, was ist denn 500 durch 12? Also, 500 geteilt durch 12. Das sind 41. Also, nur jeder 41. kann es drauf. Das heißt, bei euren Bewerbungen ein bisschen mehr als eine 2%-ige Chance gibt es, dass ihr dabei seid. Ja. Will ich jetzt nur mal so sagen. Ich kann mir meine Insel nochmal schnell zeigen. Da hat sich nicht viel getan. Wie gesagt, ich baue gerade bei Piken jede Menge mit. Die ganzen Spawner sind weg. Hier oben habe ich alle mit abgebaut. Die Q-Spawner sind noch da, damit ich was zu essen habe. Natürlich auch mein wundervoller Krieg-Spawner heute. Oh, lol. Eine Angst in den Bluen. Ich würde sagen, die öffnen wir gleich mal zur Feier des heutigen Videos. Hoffentlich kommt was Gutes raus. Obwohl es eine Angst in den Bluen. Da wird vermutlich eh nur Crab drin sein. Ob es das Gunpowder nicht. So, öffnen. Naja, gut. Pusten wird jetzt nicht so viel bringen. Hui. Ja, 10 Diablöcke. Das ist, ich denke mal so, anstatt besseren Sachen, die man da rausbekommen kann. Und, ja, whatever. Ich will noch ein paar Sachen zeigen, was PvP betrifft. Ich wurde nämlich zerteamt. Einen Tag nach dem letzten Video von Ich-Klau-Dein-Ghania 3 vs. 1. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie gewonnen haben, weil sie mich zerteamt haben. Hätte ich ein 1 vs. 1 gegen Ich-Klau-Dein-Ghania gemacht, hätte ich auch verloren. Aber dann hätte ich kein Problem damit gemacht. Dann hätte ich gesagt, ja gut, du hast gewonnen. Du bist halt mehr OP als ich. Oder hast, äh, bist besser im PvP. Oder hast Hacks, kommt drauf an. Aber vermutlich eher erstens. Aber es war halt ein 3er-Team und deswegen, ja, ist es nicht so akzeptabel. Aber ich habe natürlich meinen schönen Sponsor, zu lange online, der hier mir das Thief-Kit immer mal vorbeibringt. Und ich bin gerade dabei, mir Gottszeit aufzubauen, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe jetzt hier den Body of the Immortal, Schutz 4, Haltbarkeit 3, Dornin 5. Das ist richtig OP, Dornin 5. Wenn jetzt ein No-Equip auf mich einschlägt, dann braucht er 4-5 Hits. Danach habe ich ein halbes Herzschaden und er ist tot, nur anhand der Dornin, die er drauf ist. Save Destruct 5, Freeze 5, Tank 5, Univasion 5. Gibt mir eine ganze Reihe extra Herzen. Das ist richtig. Und auch sonst habe ich gerade hier so ein paar Sachen. Ich habe ja noch Free 6, da weiß ich aber nicht genau, wie das ist mit der Rüstung. Wenn sich das jemand auskennt, kann er mir das mal in die Kommentare schreiben. Denn ich hatte das schon mal beim Bau of the Immortal. Da habe ich eins von diesen Enchantix runtergepackt und hatte danach immer noch keinen Enchantix-Slot-Available. Wenn es jemand weiß, bitte mal in die Kommentare schreiben. So, ansonsten halt so ein paar OP-Bücher. Gelotine 10, Backstep 9, Lumberjack 10, Shatter 9, Sharpness 6. Und auch hier drüben sind noch ein paar nicee. Nochmal Sharpness 6, Protection 5, Power 5, Infinite hier. Das sind auf jeden Fall richtig coole Sachen dabei, auch Evasion. Also ich könnte mir hier praktisch schon Evasion und Freeze 6 drauf machen, was man sonst gar nicht so easy bekommt. Hier habe ich ein paar Tränke drin, das ist auch cool. Oh, die Spawner, die kann ich mal einsortieren. Und ich würde sagen, ich nehme auch gleich nach dem Video, werde ich das jetzt vornehmen, mit dem alle Leute von der Insel kicken. Außer denen, denen ich so 100% vertraue. Und wenn da jetzt irgendjemand meckert, hat er halt Pech gehabt. Dann, let's go to Piken's Insel. Ich habe natürlich auf die falsche Insel drauf gekickt. Ah, lol. Zwei Stunden enabled. Die, äh, den Orb of Fly. Okay. Äh, Gott-Ous-Seed Level 2, wie viel wir davon haben. Dann, Quarz-Ous-Seed Level 3. Level 1. Hier habe ich ein bisschen Gunpowder, das kann ich hier unten in die Kiste mit reintun. Da haben wir jetzt 5 und 10. Nein. So, eine andere Sache noch. Ah, ich habe so viel zu erzählen, ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe hier eine reichste neue Waffe, und zwar ist das einmal natürlich den Combuster. Den habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon mal erwähnt. Und den Blast Trill. Und der Blast Trill, oh, mega leck. Der Blast Trill, der ist richtig, richtig nice. Dann kannst du Gunpowder verschießen und machst dann übelsten Damage an der Rüstung von den Gegnern. Das ist so OP, wenn du da fightest gegen jemanden, der OP er ist als du. Schießt du dann einfach die ganze Zeit mit dem Teil ab und versuchst wegzurennen. Irgendwann ist dann einfach die Rüstung von dem kaputt. Das finde ich so cool. Ich finde generell diese Blast richtig, richtig witzig. So, wenn Pike mich jetzt mal aufhören würde, mich anzuzünden, ne? Könnte ich mir auch mal überlegen, was es noch Neues gibt oder ob es noch was Neues gibt. Hm, wie gesagt, wir haben da oben unsere Eisengold und Sprohner. Oh, jetzt lässt sich das eben fliegen. So, seht hier, das sind inzwischen acht Iron Golems Sprohner. Und wenn alles gut läuft, bekommen wir nochmal, ich glaube, sieben gespendet von jemanden, der Skybones quittet. Finde ich auf jeden Fall korrekt, weil, naja. Besser als dann irgendwie zu versemmeln, oder versemmeln zu lassen. Hallo, kann der das mal lassen? So, mal lassen. Ich will eigentlich nur diesen schönen Turm hier abbauen, ja. Also, das ist doch was gemeinnütziges, was ich tue. Worauf soll ich denn antworten? Das ist, das ist wie mit den MSG. Es gibt so ein paar coole Leute, die denken, dass, ähm, ich, dass sie irgendwie besonders sind und deswegen mir jede fünf Sekunden eine MSG schicken müssen. Mein Chat besteht dann so aus, hallo, äh, Nick, bist du da? Und dann schreiben die so schnell, also, die antworten halt, äh, die schreiben so schnell, die schreiben echt so schnell die neuen MSGs, ich hab nicht mal die Zeit zu antworten. Ich hab vorher praktisch, schon während sie das schreiben, warten sie darauf, dass ich ihnen antworte. So, hier ist ein witziger Lichtblatt. Das ist echt schlimm, ich hab auch manchmal MSG ausgestellt. Wer sich da wundert, es ist einfach ultra, ultra nervig. Ich kann einfach nicht mehr, nicht mehr normal einfach so da sein und schreiben, ja. Weil, ja, es gibt ja diese Slash-R-Funktion und mit der Slash-R-Funktion kannst du eigentlich dem antworten, mit dem du zuletzt geschrieben hast. Die funktioniert bei mir einfach nicht, weil ich so viele MSGs bekomme und ich hoffe einfach, dass das, wenn ich's immer mal sage, weniger wird. Denn ansonsten muss ich MSG ganz ausstellen. Denn, ja, es macht echt keinen Spaß. Zum, zum allerletzten Schluss jetzt, äh, bevor ich die Folge beende, denn ich hab gerade nicht viel Material, was ich machen könnte, da ich hauptsächlich mit Farben für das Opening beschäftigt bin. Und zwar, ich hätte Lust, demnächst auch mal ein wenig Abwechslung in meinen Upload-Plan zu bringen. Momentan kommt ja immer nur Sky Bounce und jetzt auch nicht täglich, weil ich auch ganz einfach nicht die Lust habe, täglich das aufzunehmen, denn nach einer Weile wird es dann doch langweilig. Also, jetzt nicht Fall verstehen, ich werde mit Sky Bounce auf gar keinen Fall jetzt schon aufhören. Ich hab mein Ziel ja noch nicht mehr annähernd erreicht. Wer es nicht kennt, 20 bis 25 Spawner von allen Arten, die es gibt, durch die Erweiterung mit Endermen Spawnern, das heißt nochmal 200 Millionen mehr, die wir machen müssen. Ja, das ist viel. Und das dauert noch ein bisschen, bis ich das hier gemacht habe. Aber ich würde zum Beispiel auch gerne mal wieder so Mini-Spiele bringen. Die Frage ist, würdet ihr das gucken? Also, hier oben mal die Abstimmung, würdet ihr das gucken? So ein paar Kategorien Mini-Spiele, oder ob ich einfach mal so ein kleines Survival-Projekt machen soll oder Redstone-Tutorials, Map-Vorstellungen, Adventure-Map durchspielen, vielleicht auch mit Parken oder anderen zusammen mal aufnehmen. Also, bitte stürmt jetzt hier oben mal ab, was ihr sehen wollt, oder schreibt eigene Vorschläge in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ihr zum Beispiel, hey, ich kenne ein cooles Projekt, wo YouTuber mitmachen, die etwa in meiner Brüse sind, natürlich auch größer, sollten halt aber auf meinem Niveau sein. Hashtag Minus1000, nein Spaß. Vor allem, wie ich sage, Minus1000, 100 schreibe. Naja. Also, wenn ihr da Vorschläge habt, in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war es von dieser Folge. Bis denn, ciao, ciao.